Glück auf! Nassim Boujelab hat es schon wieder getan und zwar hat er seine Gegner auf der Konsole mal wieder zerstört. Diesmal aber auf Pro Evolution Soccer und vom Pro Evolution Soccer das ins Leben gerufene Wettbewerb Stay Home with PES konnte er für sich entscheiden. Hat da im Finale Bernd Leno besiegen können mit 1 zu 0 und konnte da mal wieder auf der Konsole brillieren und gerade jetzt in der fußballlosen Zeit ist das natürlich eine Sache, wo man sich drüber freuen kann, wo man ein bisschen unterhalten wird. Habt ihr euch das reingezogen? Was zockt ihr lieber, FIFA oder Pro Evolution Soccer? Und glaubt ihr, Nassim Boujelab kann das, was er auf der Konsole leistet, auch mal auf dem Platz zeigen und da glänzen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe jetzt zuletzt ein Frage-Video hochgeladen. Da könnt ihr auch gerne mal eure Fragen reinstellen und in zwei Wochen an dem Sonntag wird es dann erscheinen und ich werde eure Fragen dann im Video beantworten, im Q&A Nummer 3. Und ansonsten gerne den Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben, Kommentare schreiben, teilen. Ihr wisst es ja und du kannst mir gerne auf Social Media folgen. Alles in der Beschreibung unten drin und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!